Ja, Baby, gib's mir! Juhu! Ah! Geil! Fotomotiv incoming. Ja, da werde ich nachher noch Bilder von machen, ich sag wie es ist. Scheißegal. Geil! Aber ich muss mir das ja selber auch noch mal ein bisschen genauer angucken. Oh! Es wird ganz wuschig hier gerade. Sound! Sound! Brüllen Sie mal bitte, danke! Ihr kennt die Stimme, ihr kennt den Trecker. Aber beides zusammen, das war bisher auch noch nicht so der Fall. Jetzt ist der Fall eingetreten. Tim hat den Sören besucht und hat sich mal den 7810 gekrallt. Wie konnte ich denn auch anders? Hallo! Ich bin mit so einer Kiste groß geworden, Leute! Den musste ich mir ja wohl mal krallen. Meine Güte noch mal! Ist das geil! Ohne Witz! Ich komme vom Landwirtschaftlichen Betrieb. Der existiert auch noch. Das macht meine Schwester aber weiter. Endlich wieder 7810! Sound! Sound! Brüllen Sie mal bitte, danke! Ja, ihr kennt den Trecker. 8,1 Liter Hubraum, ich erzähle euch hier nichts Neues. Das ist schon geil. So, wir sind hier am Rübenland grubbern. Versuchen wir, es geht hier ganz schön steil hoch hinaus, Kollegen. Mega geil! Mega geil! Ich habe richtig Spaß hier! Der Boden, ne? Der ist knüppelhart! Und der Trecker, der hat da glaube ich nicht ganz so viel Spaß dran. Oh, Leute! Geil! Aber hier, guckt euch mal die Landschaft an! Oh ja, und ich habe auch noch was im Schlepptau, ne? Der 7R, 330. Ja, das Ganze kennt ihr. Den kennt ihr vielleicht auch. Zumindest kennt ihr seine Stimme, auch wenn ihr ihn noch nicht so oft gesehen habt. Der gute Sören. Sein Schätzchen. Ich habe es mir gekrallt. Oha, geht das gut? Ne, das geht nicht gut. Alter, das ist hier aber auch steil, Jungs. Also, Köckerling Quattro, 400. Der hinter mir. Köckerling Vector, 460. Also, wir machen hier mal eben 8,60 Meter Arbeitsbreite. Ja, wir haben hier so einen kleinen Holmer Terrados T440. Ja, Rübenhoder, ne? Der nimmt hier ein bisschen was weg, aber 6 Reich halt. Und ja, es ist geschenkt, dass wir beide natürlich viel mehr wegreisen als der Kollege. Aber ist egal, ist egal. Das ist ja erstmal nur so ein bisschen zu Unterhaltungszwecken hier gerade. So. Jetzt geht es wieder bergab. Wenn es hoch geht, dann geht es meistens wieder runter. Boah, geil. Das ist geil. Geil. 78,10 Jungs. Und Mädels. Leute. Egal wer. Boah. Das schockt. Ich werde gleich mal absteigen. Ich zeige euch den Acker hier. Das ist schon echt hardcore. Boah. Einfach weil es ist, ja, es ist hart. Der Boden ist echt hart. Knüppelhart. Das ist Wahnsinn. Der Grubber da überhaupt reinzieht. Und der Roder die Rüben ja rauskriegt. Ich bin mit dem 78,10 groß geworden. Es ist tatsächlich so. Ich habe damit meine Fahrschule damals gemacht. T-Führerschein. 78,10 mit so einem kleinen Bollerwagen dahinter. Ab durch die Großstadt. War kein Zuckerschlecken, aber das hat schon Spaß gemacht. Das ist bei uns zu Hause auf dem Betrieb. Das ist halt so der Hauptschlepper, der Ackerschlepper gewesen. Glemkins Marag dahinter oder ein Flug. Und dann ging das richtig rund, meine Freunde. Ah, herrlich. Es ist doch richtig gut hier. Guckt euch das an. Der andere Kollege da. Und da ist auch noch so ein Kollege. Ich würde sagen, wir machen mal ein kleines Päuschen. Weil die haben die Roder nämlich gerade eingeholt. Ja, guck, ihr macht hier ein ganz großes Päuschen. Der klappt schon mal zusammen. Auch nicht schlecht. Ah, cool. Leute. Das macht Spaß. Geil. Ja, David gegen Guglian. 330 PSN-Leistung gegen Guglian. Naja, 170, 180. 4 Meter Quadro. 4,60 Meter Vektor. Oh, guckt euch mal diese Reißzähne an. Alter. So, oh ja. Hier, guck mal. Guck mal, was da kommt. Holmar Terrados T440. Dreiachser. Und dann guckt euch mal den Acker hier. Opa. Alter. Das ist brutal hier. Das ist richtig brutal. Oh, herrlich. Guck, hier. Viele fragen sich, wo kommt dieses Windows XP Bild her? Ja, ich glaube, das ist hier gemacht worden. Bin ich mir ziemlich sicher. Hier war bestimmt mal Grünland drauf. Das ist safe hier gemacht worden. Bin ich mir richtig sicher. Oh, der schnurrt hier so lang, ne? Das ist ja Wahnsinn. So ein Rübenroder, der ist ja echt leise, Leute. Wahnsinn. Geil. Ja, das Wetter, ne? Und der Ausblick. Die beiden dicken Boliden da. Geil. Amerikanische Power mal zwei. Geil, geil, geil. Ich glaube, ich sage das auch ein bisschen zu oft vielleicht. Möglich, egal. Ich habe Bock. Merkt man vielleicht. Oh, hier. Schön. Schöne Aufreihung. Geil. Jetzt habe ich schon wieder gesagt. Mein Gott. Herrlich. So. Ja, so. Oh. Ist doch mal ein Shot hier wert, oder? Ah, komm. Falls es so schön ist. Ich fahre noch eine Runde. Geh nochmal rum. Hier. Oh, guck mal. Wie sauber ist. Wie sauber der ist. Wie klingend. Wie geil ist das. Geh euch das mal an. Oh, herrlich. Ja, die fetten pushen hier, ne? 710. Ach, ihr kennt das doch alles. Ich brauche euch das nicht erklären. Mein Gott nochmal. Aber ich muss mir das ja selber auch nochmal ein bisschen genauer angucken. Oh. Es wird ganz wuschig hier gerade. Richtig gut. Also richtig, richtig gut. Krass, sieht hier völlig aus gerade. So ein 7810, der hat so ein Special Feature. Oh. Oh. Ja, das muss man. Das muss man machen. Wenn man 7810 fährt, muss man das machen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Also es nützt nichts. Es geht nicht anders. Leute, komm. Wir fahren noch eine Runde. Wir fahren noch eine Runde. Weil es zu geil ist. Ich hab Spaß. Rumps. So. Es ist kein E23 Getriebe. Es ist Power Shift. Es ist E19. Keine Ahnung. Wie nennt sich das denn? Power Shift. So, machen wir den Sören kurz mal glücklich. Wir fahren hier nochmal richtig schön vorbei. Ich werde gerade anmoderiert. Glaube ich. Keine Ahnung. Egal. Weiter geht's. Weiter geht's. Da haben wir eine GoPro auf dem Kopf und man sieht es. Egal. Oh, jetzt wird er wieder schnell. Er will irgendwas machen. Und ich soll auch irgendwas machen wahrscheinlich. Ich mach einfach das, was ich die ganze Zeit mache. Ich fahr hier hoch und runter. Rumm. 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 Ach, jetzt hab ich wieder nicht runtergelassen. Ich bin ein Töffel. So, ein bisschen. Ach, ist das cool Leute. Aber der muss hier aber echt was tun, der Bursche. Ihr habt ja gerade gesehen. Was für Schollen hier. Oh, der Boden, der ist so knüppelhart. Ja, Rübengerode gerade frisch. Ja, das ist kein Zuckerschlecken. Also Schlupf haben wir auf jeden Fall reichlich hier gerade. Aber das ist, äh, das ist dem Kunden auch bekannt hier. Und der weist das auch. Und der hat auch nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. Wir waren aber ganz erstaunt, dass der 7810 doch mit diesem 4 Meter Quattro hier den Berg hochmarschiert. Das ist ja wirklich ein Berg, ne? Dass der hier so hochmarschiert. Leute. Oh, geiles Bild, geiles Bild, geiles Bild, geiles Bild, geiles Bild, geiles Bild, geiles Bild. Guck mal. Oh, wie der Holmer da hochkommt. Ja, geil, oder nicht? Mega gut. So, wir setzen das Ding immer wieder auf. Die Aussicht, die Landschaft. Oh, ist das gut hier. Das macht Spaß. Das ist echt schön. Ja, lädt ein zum Verweilen. Auch auf so einem Trecker hier. Das ist ein Ackerschlepper. Der gehört hier rauf. Der macht das, was er soll. Gerade. Genau das macht er gerade. Ja, ich mache ja auch echt gerade keinen Tryhard-Modus, bin ich ganz ehrlich. Ich genieße das hier. Ich lasse den Trecker hier rüber laufen. Ah, herrlich. Ja, sicherlich könnten wir noch wieder etwas schneller fahren oder mehr Drehzahl. Aber ich will gar nicht so viel Drehzahl. Weil, ey komm, ganz ehrlich, machen wir das jetzt einfach mal. Ja, Baby, gib's mir! Juhu! Ah! Geil! Der brüllt. 8,1 Liter Hofraum! Wuhu! Ah, ist das gut! Ich hab Bock! Ah, jetzt muss ich aufpassen, ein bisschen schalten eventuell. Nö. Ja, doch. Das Vorgewinde, das ist natürlich echt knüppelhart, das merkt man, wenn man da so ein bisschen reinzieht. Ah, Leute, Leute, Leute! Ist das gut! Der ist auch echt wendig, der Bursche, muss man einfach auch mal sagen. So, ganz von unten! Ah, ha 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 ha! Oh, da kommt der Terrados wieder den Berg hochgefahren. Ach, ist das gut! Junge, Junge, Junge! Ei, 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 ei. Ja, komm schon. Das ist doch mal richtig gut. Menschen Skinners. Oh, ich hab echt... Ja, ich weiß nicht, sprachlos. Richtig, richtig, richtig geil gerade. Oh, ist das herrlich. Ist das schön. Hätte ich eine Kamera dabei... Okay, ich hab eine Kamera dabei. Ich muss hier noch mal Bilder gleich machen. Ich muss hier gleich noch mal hinkommen und jetzt... Oh, wie der hier runter geht. Guckt euch das mal an. Mit dem Schraub. Das sieht richtig gut aus. Fotomotiv incoming. Ja, da werde ich nachher noch Bilder von machen. Ich sag, wie es ist. Scheißegal. Geil. Oh, 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 oh. Jetzt wird es interessant. Und... Ja, ne, ist nicht so ganz gerade geworden die Bahn. Aber man muss auch ehrlich sagen, der Grupper der zieht sich dann auch teilweise mal so ein bisschen außer Spur. Keine Ausrede. Leute, geil. Okay, ich bin hier von Glücksgefühl gestreckert gerade. Ich würde sagen, wir sehen uns in irgendeinem nächsten Video. Ich muss das hier noch ein bisschen genießen. Ciao. Hallo.